Ich weiß, ich hatte auch irgendwo eine Übersicht, oder? Ja, genau, Places. Oh, der ist voll. Also, zu trinken haben wir genug. Ich kann übrigens auch mal mein Chieftain sagen, er soll ein bisschen genauer sein, was seine Angaben hier angeht. So. 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 Wenn ich es so richtig sehe, haben wir BIN-Mangel. Machen wir mal 15. Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier wieder Knochen. Ufer. Es gibt doch auch Totem. Ja, Totem. Ah, make Totem da. Das ist ein Zeug, was wir mal einschmelzen könnten. Will-Bear-Wurst sind fertig. Da war er aber fleißig und schnell. Gut. Wo waren wir ganz ehrlich? Wie ich Schalk da wegnehmen sollten. Und nur alle anderen. Economic Stones da hin. Okay. 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 Keine Migranten. Clothier's Shop. Clothier's Shop. Okay. Gucken wir mal, haben wir Cut Gems. Okay. 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 Und ja, das ist so das Problem, wir haben hier keine Spinnen. können. Okay. 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 So schön. Okay. Okay. Tenthalt hat sie. Ich habe eigentlich keine andere Wahl, als tiefer zu graben und zu hoffen, dass ich auf eine Höhle stoße. Nein, das wollte ich nicht. 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 Oh, Sylvide. Wo denn? Ah, interessant. Ah, aber Sylvide ist für nichts gut. Okay. Pürit. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Das war zu viel. So. Oh, Opal. Ah, Crystal Opal. Mhm. Da bin ich nicht. Mhm. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Ich bin nicht. Und jetzt. Wir greifen einfach mal hier nach oben weiter. Also ja, im Augenblick sieht es recht okay aus mit unserem Vor. Na, nicht mehr lange und hier hat sich alles mit Wasser gefüllt. In dieser Kaverne. Hm, wieder ein depressiver Expo-Leader. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt niedrig genug für eine Cave? Ah, Dämpfstone, okay. Gehen wir nochmal in die Ebene tiefer. Gehen wir nochmal in die Ebene tiefer. Gehen wir nochmal in die Ebene tiefer. Einfach mal hier hochgraben. Da oben irgendwo in die Richtung graben und in die Richtung graben. Hm. Aber ja. Wir haben Alkohol jede Menge jetzt gerade. Die Schädel nehmen langsam ab. Da oben Nobody got it. So am Anfang. Da oben. Da oben. Ja. Boah. milchquart auch schick okay aber jetzt wird es mal wieder zeit zu speichern die meiste zeit ist ja jetzt diese folge mit den stockpiles draufgegangen also diese aufnahme session in der nächsten welt wird da die tiefen weiterkunden und hoffentlich höhlen lava oder irgendwas finden ansonsten weiß ich gerade nicht was wir machen sollen so weit ist unser vor schon mal fortgeschritten ok das sehen wir dann das nächste mal bis gleich